hallo zusammen ich habe heute drei unterschiedliche kühlboxen unterschiedlicher könnten sie nicht sein und die vergleichen wir es handelt sich hierbei um eine ecetyl eine wemo 35 liter und nochmals eine 35 und die haben sind komplett anders aufgebaut technisch wir haben hier diese ecetyl kühlbox das ist eine absorber kühlbox die absorber kühlbox läuft mit 12 230 volt nicht strom und gas aber wir schauen uns jetzt den nur den stromverbrauch an auf 12 volt und auf gas oder auf 12 volt und auf 230 volt diese box zieht 2040 watt auf 12 volt und gleich viel auf 230 volt die sagen jetzt auf 12 volt zieht sie weniger das liegt aber nicht an der box das liegt meistens an der installation ihr müsst euch vorstellen ihr habt zum beispiel das gleiche system finden wir für kühlschränke in wohnwagen drin das die autobatterie vorn im auto dann führt ein ganz dünnes kabel bis an die anhängerkupplung und von da bis ins heck vom wohnwagen habt ihr zehn meter leitung und dann kommen auch keine 12 volt mehr an diese box hier das ist mobiles kühlgerät kann mit 12 volt und brennstoffen betrieben werden und ist nicht energie label pflichtig aus diesem grund hat das ding kein energielabel 2000 watt das sind zwei kilowatt stromverbrauch bei 30 cents sind das 60 cents im tag das mal 365 tage ich habe es nicht so mit dem rechen sind dann irgendwas um die 200 oder mehr als 200 euro am tag die solch eine kühlbox braucht 200 euro stromverbrauch im jahr ist schon heftig aber diese geräte werden von der energielabel pflicht befreit will nicht mehr dazu sagen aber es ist so und wenn sich jemand so eine box bei sich auf die terrasse stellt ohne bastelraum dann läuft die box auch das ganze jahr wir haben hier ein älteres teil eine wemo 35 hinten die 35 px das ist nachfolgemodell die box hat den stromverbrauch bei 12 volt von 350 watt und bei 230 volt ein stromverbrauch von 365 watt und diese box besitzt einen gleich strom motor ein richtiger gleich strom motor ich stelle die box auf die seite der brauchen wir noch nicht das ist ein richtiger gleichstrommotor das sind dampfers wir sehen auch hier oben die zwei wicklungen süd und nord wicklung effektiv ein richtiger gleichstrommotor und wenn diese box mit so einem gleichrichter betrieben wird wir haben jetzt wieder eine gesetzesänder wenn er separat erwerbbar ist so ein gleichrichter dann ist diese box nicht label pflichtig ist das aber diese net gleichrichter hier in dieser box verbaut mit dem vorrang schaltung und so weiter dann ist die box label pflichtig und zwar wir haben das gesetz der artikel 1 das könnt ihr durchlesen ist ausgenommen das bezieht sich jetzt auf diese absorber kühlbox und artikel 2 was ist definiert als mobiles kühlgerät und glatt ist der unterste satz ein gerät das mit einem gleichrichter in verkehr gebracht wird ist kein mobiles kühlgerät ok hier habe ich ein gleichrichter ich kann das miteinander in verkehr bringen somit ist diese box label pflichtig dass diese box schon 35 jahre alt ist und wir diese heute so in verkehr bringen würden wäre die energieklasse g also schlecht g darf ab märz 2021 in der schweiz und in der eu nicht mehr verkauft werden also das heißt ihr könnt diese box obwohl wir die nicht mehr herstellen auch nicht mehr kaufen von dem her hat sich das teil erledigt aber wir schauen uns jetzt die andere box das ist die y 35 px wir können den deckel links und rechts aufmachen die box schauen wir uns nachher an die hatten energie label und zwar hier hängt noch das alte jahre stromverbrauch preis 450 ja diese box dann gehen wir wieder in die technik diese box hier hat diesen kompressor verbaut das ist ein dampfers sekop kompressor bd 35 und dieser kompressor das ist ein ac verdichter kurz zum unterschied es gibt dc und ac im gesetz drin steht ein gerät das mit einem gleichrichter das wort ist im deutschen im englischen steht ac dc konverter auf deutsch übersetzt wäre das eigentlich ein wechselstrom gleichstromwandler und nicht gleichrichter wechselstrom haben wir zum beispiel bei der normal hier auf der seite habe ich eine wandsteckdose normale steckdose 230 zu hause ist wechselstrom ab einer batterie wird gleichstrom geliefert aber dieser kompressor da der hat einen eingang für 230 volt und den eingang für 12 volt sehen wir hier auf der seite und ich habe hier ein 230 volt kabel und das kann ich einstecken wir schauen ob das kabel reicht nein reicht nicht aber das kriegen wir noch hin ich kann den hier auf 230 volt einstecken das war jetzt die anlaufverzögerung dieser kompressor läuft hier direkt mit 230 volt somit ist das ja ein ac verdichter wenn ich diese box so betreibt besitzt sie kein gleichrichter ich stecke den wieder aus somit ist diese box neues label ersetzen durch das alte nicht mehr labelpflichtig das heißt diese box läuft nicht mit dem gleichrichter sondern direkt mit dem ac ac konverter oder ac ac oder wechselstrom wechselstrom wandler es besitzt also kein gleichrichter oder ac dc konverter ist zu viel ac dc jetzt kommen natürlich intelligente und sagen ja moment 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 hier komme ich rein mit 230 volt 50 hertz 50 hertz ist die frequenz wenn ich die frequenz erhöhe dann läuft dieser kompressor schneller wenn ich jetzt diesen kompressor nochmals einstecken da wie wieder die einschaltverzögerung dieser kompressor läuft auf 2000 umdrehungen wenn er nicht will in der regel will er nicht in der regel will er aber anderes thema der läuft auf 2000 umdrehungen und nach einer halben minute wird die drehzahl angehoben das heißt wir ändern die frequenz von diesem wechselstrom durch das haben wir eine andere drehzahl jetzt gibt es intelligenten sagen ja in dieser platine hier da komme ich mit ac rein und gehe dann in der platine machen es nachher auf gehe ich ac raus aber um ac in der frequenz zu ändern mache ich zuerst mal gleichstrom das heißt hier drin ist ein gleichrichter beziehungsweise ein ac dc wandler und dann mache ich auf dc wieder ac für mich als dumm heißt hier ac rein innen wieder ac raus was soll ich jetzt erklären wenn ich dieses kästchen kann ich nicht aufmachen doch ich kann aber die platine das ist eine vergossene platine getaucht wasserdicht das ist ac rein ac raus da ist kein ac dc converter drin oder wechselstrom gleichstrom somit ist diese box nicht labelpflicht wir gehen hier nochmals zum stromverbrauch diese box braucht auf ac 209 watt pro tag 24 stunden bei 25 grad in und 240 watt bei 230 volt der kompresser läuft ich habe alle eingesteckt nach 68 sekunden probiert er immer wieder zu starten wenn ich zu wenig strom habe oder ähnliche sachen wir sehen jetzt nach 30 sekunden fängt er auch hoch zu drehen mit der drehzahl ihr hört die drehzahl geht hoch der kompresser läuft jetzt dann auf 3500 umdrehungen und nicht mehr auf 2000 das geht nur über die die sequenz über den ac strom zu ändern aus diesem grund hier ac rein ac raus das war's ich stecke den aus und hier ihr seht ihr das hier eingesteckt und hier kommt das kabel aus der steuerung ac rein ac raus also kein gleichrichter das gesetz das energie gesetz oder wie das schön heißt das sagt ja geräte die einen energie effizienz index haben über 125 das ist der energie effizienz index diese absorber kühlbox die hat 146 die wäre verboten und diese alte Wemo diese alte Wemo die wäre auch verboten und die Wemo Y35 die hat einen energie effizienz index unter 125 somit dürften wir sie verkaufen drüber dürfte man sie nicht verkaufen also die box wenn die ein energie label hat von EZetil ist heute Dometic dürfte man eigentlich gar nicht verkaufen die ist so extrem gottenschlecht eben die zieht 10 mal mehr strom wie so eine kühlbox ab März 2024 darf ich nur noch geräte verkaufen die einen energie effizienz index haben von unter 100 von unter 100 das heißt diese box hat ein energie effizienz index von 110 wenn ich ehrlich messe dann dürfte ich diese box nicht mehr verkaufen dass es ein mobil kühlgerät ist und mit AC AC kompressor läuft ist das wieder was anderes haben wir no label kein label ich kann die box anders messen nicht ehrlich sein sondern ich reduziere das volumen ich mache ein teil rechne ich aus als kellerfach und so weiter dann komme ich mit dieser box auch tiefer im stromverbrauch aber das ist ein anderes thema energie effizienz index ist ja nicht das was sie braucht sondern das ist eine formel das ist für so grundschule lernt man das so rechnet man einen energie effizienz index aus lassen wir sein weiter bringt nichts ja das ist jetzt gesetz ab märz 2024 dürfte ich diese box wenn ich ehrlich bin nicht mehr verkaufen ich bin ehrlich und sage das ist ein mobiles kühlgerät nach absatz 1 artikel 1 darf ich das gerät verkaufen es braucht 10 mal weniger strom wie die absorber kühlbox die einen energieverbrauch hat von 200 euro im jahr mehr kann ich zu dieser box nicht sagen kompressorkühlgerät 12 volt 230 volt regulierbar bei minus 22 grad jetzt kommt wieder das gesetz wenn ich diese box als tiefkühlbox betreibe habe ich ganz andere energiewerte dann geht das auch wieder nicht ich kenne firma wo wir ware beziehen liebherr die macht so tiefkühltruhen die baut die tiefkühltruhen nicht mehr wisst ihr warum doch die haben die doch aber im gewerblichen sektor weil da habe ich andere energie normen das gesetz ist punkt mehr infos und link über diese box mache ich euch ich mache euch ein video über den kompressor hier auf der seite über den alten kompressor bd3 von dampfos den gibt es nicht mehr da mache ich euch ein link in mein museum könnt ihr über google street wie könnt ihr mache ich unten ein link da könnt ihr bei uns im laden vorbeischauen und unsere produkte anschauen ich wünsche euch einen schönen tag SKOLN